Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Accepte unsere Kondition. Ich werde nicht kapitulieren. Ihr habt 72 Stunden, um unsere Kondition zu akzeptieren. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wir haben mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden. Schließen wir Frieden. Es tut mir leid. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben.